ich dachte gerade okay wobei denn zuletzt immer darauf radik ist wahrscheinlich ok 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 der kopf war das leber auf die hinterher als dicht so Das ist nur hier durch, oder? Moment mal. Wie konnte ich den mal uflücken? Das ist wahrscheinlich keine Ruhe, ey. Das fliegt ihm wahrscheinlich sofort in die andere Richtung weg. Das ist wohl auch nicht. Ich muss das hier mit kaputt machen, glaube ich. Okay. Schwung hinter. Okay, das dauert. Okay. 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 Tschüss. Ist das der letzte? Versuch das schon mal. Ah ne, ich muss hier gegen, ne? Musste ich hier, ob ich hier rüber... Oh, ich bin hier runter. Sonst ist hier nix, ne? Ne, okay. Gehen wir mal runter. Ihr Götter macht die Welt schlechter, als sie vor euch waren. Gehen wir das gleiche Spiel nochmal. Nur, dass der Wind ein bisschen behindert ist jetzt. Hä? Das sind jetzt funktionierende. Das wird interessant. Gehen wir mal runter. Gehen wir mal runter. Gehen wir mal runter. Okay, muss das ein bisschen anders teilen jetzt. Das ist ein Scherz. Gehen wir mal runter. Scheiße, auf die Balken, Alter. So weg. Puh. Oh, der Scheiß-Ding nicht. Easy going. Oh, jetzt wird's interessant. Ja, das funktioniert aber. Das hat funktioniert, das ist schon mal sehr gut. Geil. So, jetzt da ganz rüberfliegen. Okay, das hat funktioniert. Da ist er Kiste, machen wir Kiste auf. Niemand wird sich an deinen Namen erinnern. Ja, dein auch nicht. Okay. Danke. Ja, ja, ja. Ey, was ist das jetzt? Wie ist das so fies? Was ist das? Den muss ich nicht bewegen, ey. Okay, das habe ich gemacht. Muss er das machen und dann das noch machen? Oh, der längste Tempel der Welt, ey. Okay, auf geht's. Okay. Okay. Okay, was ist jetzt hier der Trick? Ich probier mal was, ich muss irgendwie den Ball durchkriegen und dann den Ball mit Feuer anschießen? Keine Ahnung. Achso, ne Moment. Ganz einfach. Wo kann ich nicht beide mit Feuer anschießen? Ich höre den Ball erstmal ran. Das ist gut. Oh, 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 oh. Hey, mach mal richtig jetzt. Oh, 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 oh. Oh, Fenix, ganz allein, betrauriger Anblick. Hey, musst du googeln. Da. Oh. Stehe. Ah, ne. Ich muss es doch anders machen. Jetzt gucke ich dann direkt hier vorne rollt. Der frisst leider auch nicht. Da ist sie gerade noch erwischt. Bitte was? Was ist das für ein Trick jetzt? Deswegen verrasche ich mich doch. Wem gehe ich das jetzt? Oh. Besser. Wurde ich ganz schnell den mir zu machen, glaube ich. Nein. Nein. Ich gehe zu machen, kreisen wirklich. Okay, habe ich es verstanden. Ja, wo ist das Ding, wo das hinfahren muss? Oh, jetzt habe ich es. Jetzt legen wir uns jetzt doch auf die andere Seite. Das wird ja interessant. Und gemein. Ich muss ihn loslassen. Ich kann es mal in den rüber holen. Oh. 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 Okay, es geht dann direkt runter zu dem. Da ist noch eine Kiste. Das ist noch eine Kiste. Und war ich wieder hier? Engst. Alter, wohnen so viel Damage. Achso, da tut sich immer was, wenn ich die Musik höre, deswegen guckt er immer die ganze Zeit rum an. Ich dachte schon, das lockt irgendwie aus irgendeinem Grund. Okay, dann kann ich jetzt da weitermachen. Ich bin gespannt, was ich hier machen muss. Dann mal aufladen. Achso, das hat die da schon mal gemacht. Achso. 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 hier ist dumm also ich kann nicht schieben in dem wind also wir zurück erst mal das habe ich immer gemacht ja ist vergessen das ist nicht ich schimpelte mir das ist nicht ah boing tada Das war's, was ich war's. Du wirst nicht mehr erleben, wie ich ein perfektes Paradies erschaffe. Ja. Sie müssen eh nicht in die Richtung. Doch der eine muss in die Richtung. Oh shit. Ehhhhh. Ehhhhh. So. Ehhhhh. 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 Da habe ich den ersten schon mal. Okay. Deswegen ist, wenn ich den jetzt nach da schiebe, geht der gleich erstmal in den Laser kaputt. Wenn wir kurz ein bisschen, du hast Spawned. Direkt da. Okay, ich muss den Leiter. Ein bisschen da hinschieben. Den Laser da blockiere. Dann kann der nämlich dahin, wo der hin muss. Ähm. Scheiße. Ja. Okay, ich weiß, was ich machen muss.